Gut, uah, hi, 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 hi. Nein, feig, 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 feig. Nicht sterben gehen. So sieht das aus. So ist richtig. So, ich will gerade mal zwei Dinge ausprobieren. Das macht ein lustiges Geräusch, wenn ich das drücke. Und das hier sollte Screenshots machen. Sehr schön. Ja, genau, Feig. Walden, geh doch mal kaputt. Ähm, ja, es kann passieren, dass ich ihn Feig nenne. Dann werde ich gleich mal sehen, wo... ...hier der Respawn-Punkt ist. Hm. Ja. Das sieht unglaublich weibig aus, wenn er auf der Kante steht. Ich möchte Kante. Hm, immer diese Pixel. Ey, du sollst dich nicht umdrehen. Level 2. Ich habe unglaublicherweise weniger als zwei Minuten gebraucht, bin aber einmal gestorben. Ah, noch was, falls es niemand auf... Wenn ich hochrenne und wenn ich runterrenne, habe ich ein unterschiedliches Tempo. Ah, verdammt. Oh, verdammt. Oh, nein. Hey. Ich würde ja einmal gerne da oben langlaufen. Habe ich auch noch nie geschafft. Was ist immer diesen blöden unteren Weg machen? Hupf. Hupf. Du sollst dich ducken. Ja, ja. Die Steuerung. Oh, verdammt. Lassen wir das. Ich habe nie gesagt, dass ich das ganze Spiel zeigen werde. Ich bin glücklich genug, wenn ich nicht sterbe. Ach ja, Käfer reiten. Wir müssen weg. Möglichst nicht umfallen dabei. Aha. Das war ja fast gut. Ja, das war ja fast gut. Ah, verdammt! Wieso erreicht er mich denn da? Oh! Ihr seht, warum ich unendlich Leben gewählt habe, oder? Bring mich nach oben, kleiner Käfer. Danke, kleiner Käfer. Ah, nein. Bring mich nach oben, kleiner Käfer. Danke, kleiner Käfer. Ha! So. Oh, nein. Ungut. Ganz furchtbar ungut. Alles ganz furchtbar ungut. Nur diese Geschicklichkeits- Einlagen! Habe ich da gerade einen Trank zu mir genommen? Warum macht man Dinge, wenn man nicht schnell genug ist? Dass die Figur da auch langlaufen kann. Das war einer von den Punkten, wo ich früher tatsächlich... ...dran gescheitert bin. Oh, nein. Ich wollte die Blume doch töten. So. Damit sie, wenn ich das nächste Mal hier lang gehe, tot ist. Ach, nein. Wie gesagt, das ist in gewisser Weise sehr verzeihend. Und in anderer Weise wieder scheißschwer. So. Fein. Äh. Vor allem ist es wirklich schwer, wenn man mit der Steuerung so überhaupt nicht klarkommt. Das wollte ich doch die ganze Zeit machen. Das und nichts anderes. Nein. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da jetzt sterbe, habe ich jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Ich guck jetzt eigentlich hier lang. Toll, hier gibt es so einen Drang. Der ist jetzt natürlich auch weg. So. Nicht versuchen, den Helden zu spielen. Vor allem nicht. Wenn ich eh nicht steuern kann. So, die gehen mir auch nicht mehr auf den Geist. Die dafür umso mehr. So, aber hier wollte ich hin. Ich weiß nicht, was da unten in der Ecke liegt. Aber hier wollte ich hin. Oh, komm schon. Ah, verdammt. Jetzt ist es tot. Wenn ich das nächste Mal sterbe, habe ich das geschafft. Blödes Viech. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Und weiter geht's. Sollte es auch nach oben schlagen. Ja, böse, böse Spinnen. So, gleich kommt wieder Mama-Spinnen. Ich will nicht von Baby-Spinnen verfolgt werden. Oh, ich bin gleich schon wieder tot. Sag ich doch. Da unten gab's ein Leben, aber das ignoriere ich mal, weil ich hab hier sowieso ein Endlich. Oh, hier gibt's auch noch eins. Ich war hier in der Ecke noch nie. Muss ich gestehen. Cool. Jetzt hab ich viermal unendlich Leben. Oh, wir sind zum Beispiel hier in der Ecke. Oh, ich bin, das hier in der Ecke. Oh, Mann. Ah, verdammt! Oh, der Spannpunkt liegt weit zurück. Da muss man nochmal ein ganzes Eck laufen. Und hüpfen. Aber egal, wir haben es geschafft! Level 3. Ich hasse diese Spinnenviecher. Ich hasse sie. Ich hasse, 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 hasse sie. Das Viech müssen wir erstmal töten. Und ja, wir sehen uns in dem nächsten Teil. Bis dann!